Musik Na hey, Shosh Leute und willkommen zu einer kleinen Ankündigung, die mal ein bisschen separat sein muss heute. Und nämlich es geht darum, das habe ich ja schon im Shosh zum Sonntag angekündigt, ich habe jetzt zum Glück endlich die Bestätigung. Und Kizuna Hara und ich sind am Sonntag, den 13.05. auf der Chisai Con zu Besuch und ja, falls ihr denn da seid, wäre super cool, wenn ihr auch da sein würdet. Ist super easy da hinzukommen eigentlich, also vom Hamburg Hauptbahnhof steigt ihr eigentlich in die S31 oder S3 glaube ich, Richtung Hamburg-Williamsburg aus. Und dort begebt ihr euch schlicht und ergreifend zum Bürgerhaus Wilhelmsburg und dort ist dann das Ganze. Wir haben jetzt unsere Tickets schon vorgebucht, weil die Tageskasse geht nur bis 14 Uhr an dem Tag und ich glaube um 17 Uhr ist da auch schon wieder Feierabend. Von daher, ja Sonntag ist der kürzeste Tag, aber es ist für uns nun mal der Tag, wo Keks auch da ist und wo wir dann sie auch wieder treffen können. Deswegen haben wir gesagt, komm wir gehen Sonntag hin und Keks wird dann auch da sein, aber die hatten mit ihrer Showgruppe noch ein bisschen was zu tun. Von daher habe ich jetzt erstmal gesagt, wir kündigen es jetzt mal so an. Fakt auf jeden Fall ist, solltet ihr da sein, sagt mir Bescheid jetzt irgendwie im Video oder sonst irgendwie. Ich werde mich versuchen erkennlich zu machen, am besten mit dem hier. Ich meine, ich werde den irgendwie mit mir rumtragen wahrscheinlich, so meinen Ace-Hut hier. Ich sehe damit zwar super lächerlich, ich sehe damit wie ein Ei aus, aber wenn ich ihn zum Beispiel jetzt mal so tragen würde, das wird ja noch passen, ne? Nein, das passt ja noch. Wir werden, da ist so, ich glaube die Tageskasse fängt um 9 Uhr an, soweit ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Ab da könnt ihr also auch in der Tageskasse euer Ticket ziehen oder ihr macht es wie Keso und ich und bucht die vor. Da müsst ihr euch so eine Bestellbestätigung ausdrucken und dann zeigt ihr die an der Tageskasse vor und kriegt dann eure Tickets. Weil es kann natürlich sein, dass es dann voll ist und ihr dann auch einfach nicht reinkommt. Wäre ja natürlich nicht so cool. Deswegen haben wir jetzt unsere Tickets schon vorbestellt, just in case. Und wir werden wahrscheinlich, Einlass ist so ab 10 Uhr. Wir werden aber wahrscheinlich erst so gegen 11, 12, schätze ich mal, auftanzen, weil wir sind da noch nie hingegangen. Also das ist auch für uns das erste Mal, dass wir auf einer Con sind. Von daher ist das Ganze ein bisschen Neuland für uns. Von daher sorry, dass wir das jetzt nicht so planen können und einen richtigen Treffpunkt ausmachen können. Am besten solltet ihr irgendwie ein Handy haben, versucht da Twitter im Auge zu behalten. Ich werde da wahrscheinlich dann und wieder mal Sachen posten, wo wir sind, wo wir uns aufhalten, was wir machen. Und hast du nicht gesehen. Von daher würde mich super freuen, wenn ich in den Kommentaren lesen könnte, wer schon da ist. Von zwei Leuten weiß ich schon, dass sie da sind. Da freue ich mich auch schon drauf, die zu sehen. Und wie gesagt, wenn ihr da kommen wollt, sagt hallo. Ich bin immer ansprechbar, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Und haltet einfach nach, nachdem ihr ausschaut. Nach dem hier. Es gibt kaum andere Möglichkeiten, wie ich das richtig machen kann. Also von daher, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann am Sonntag auf der Chisai Con. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.